So, zweite Runde. Ich bin sichtlich begeistert. Danke Giotto81 und danke Gironimo. Ich finde es sehr lustig. Also er wird jetzt die zweite Runde einlegen, weil er die letzte Runde ja so tierisch verkackt hat. Er geht sogar auf meinen Vorschlag ein, 20 Leute mit einmal ab zu frühstücken. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Okay Leute, das machen wir mit dem Mikrofon, damit das auch gut klappt. Wir haben es gerade getestet. Es funktioniert. Ich bin scheiße nervös. Ich habe gar keinen Bock darauf. Ich werde da jetzt gleich reingehen. Ich werde irgendeinen Scheiß labern und dann wieder gehen. Kann ich auch flüstern? Zählt das auch? Es geht los. Ich bin scheiße nervös. Ich mache das Handy jetzt an. Also den Dings. Und seid ihr bereit? Ja. Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schau du, ich hasse dich. So sehr, du weißt es gar nicht. Okay. Drei, zwei, eins. Action. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden, vier Sekunden. Was geht's? Oh, fuck. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Da kommen noch mehr Leute. Es kommen noch mehr Leute. Okay, 24 Leute schielen hier gerade. Es geht gleich los. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe keinen Bock. Ich traue mich nicht. Ich hasse es so sehr. Ich rede die ganze Zeit mit mir selbst. Ich hasse es. Wir können noch ein Fail einbauen. Ich habe gerade gezählt. Es sind 24 Leute auf der Wiese. Sehr schön. Alter, ich weiß nicht, was die sind. Alter. Roll einfach los. Ich fahre nie wieder gegen dich. Soll ich einfach losbrinnen. Ja, los, komm. Zieh durch. Zieh durch. Dann hast du es hinter dir. Fuck. Fuck. Alter. Das ist doch, was ihr sehen wollt. Ich gebe das zu. Okay. Wir stehen jetzt hier wieder ein paar Minuten rum. Es tut mir leid. Es geht jetzt um alles aber nichts. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, ist es egal. Also ist es nicht egal. Egal wird es nicht sein. Also ich denke mal, da wird noch was kommen. Ja, aber... Wahrscheinlich noch her. Dann treue ich mich wirklich nicht. Ich habe es dann dreimal wirklich ernsthaft probiert, das zu schaffen. Dann kann ich es momentan nicht. Ich wäre denn dafür, wenn man seine Strafe nicht macht, nochmal extra bestraft wird. Ja, super. Mit was noch schwierigeren. Richtig. Ja, das macht Sinn. Vielleicht auch mit Schmerzen. Schmerzen? Ja, habt ihr gehört? Schmerzen sind ihm egal. Also keine Schmerzen. Augen aufstecken. Ja. 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 Jetzt ist es ein Jarosz. Aber ich habe einen Zorro und ich denke mir, wow, was geht denn hier? Auf einmal sehe ich überall Teletubbies und ich denke, niemand macht den Drogen. Danke. Ich liebe euch. Ihr seid super. Wir sehen uns beim Supertalent. Ich bin Komiker. Geil. Wuhu. Alles klar. Geil. Ich liebe euch. Boah, was ist das Scheiße? Ich hasse es. Oh, fuck, war das dumm. Ich bin so ein Spaß. Wie ihr gesehen habt, nach 25 Sekunden war es vorbei. Wie immer bei dem ersten Mal. Ja, ganz schnelle Nummer. Rein, raus, fertig. Und alle heulen und fragen sich, was war das? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte meinen Spaß. Ich nicht. Ich mache so ein Scheiß nicht nochmal. Und auch. Und ich erkläre es jetzt mal kurz, wie es sich angefühlt hat. Scheiße. Fertig. Ja, nein, es war einfach so. Du bist da, fängst an zu reden. Erst beachten sie sich nicht. Dann denkst du, alles klar, es läuft. Dann fängst du an zu realisieren, dass sie dich alle angucken und du lachst nur Scheiße. Und dann musste ich auch schon wieder los. Ja, so war das. Aber jetzt der Beweis, dass ihr am Ende des Videos noch dran geblieben seid, weil das nächste Versus steht schon in den Startlöchern. Es ist in der Nähe. Kannst dich dran. Also schieb es dann. Also schieb es dann. Oder schieb es dann. Ich hope, welche die State der Hall mächern sind. Ich gehe noch hin. Dann haben dich über die Nutzen und wir verschw nesse�. Und dann gefällt es weiter. Und dann schieb es dann damit zu eclipse.